Das war überhaupt nicht Pro-Like, aber irgendwie hat die Taste auch nicht reagiert. Ich schwör, die Taste hat nicht reagiert. Und da hat der Pfeil nicht reagiert. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Also bei diesem Spiel schwitzen wir einfach die ganze Zeit die Hände. Oh, ja. Ja, so in den letzten Jahren eigentlich. Ich kann mich jedenfalls an keins erinnern. Ja, aber es ist einfach so schwer. Bei Super-Schmied-Ball fand ich halt den Schwierigkeitsgrad eher unfair. Oh, la, la. Nein. Bitte was? Oh, okay. Nein. Oh, bitte nicht. Bitte. Alter, da hätte eine Fahne hingemusst. Okay, chillen. Kein Zeitdruck hier. Da ist eine Fahne. Komm. Nein. Warum nicht? Nein. Nein. Genau, da hat eine Fahner gehant. Das ist das ist das. Ich bin wieder hier oben. Oh mein Gott. Es ist so schrecklich. Bitte was? Oh, hier ist noch mal eine Fahne. Weil die wissen, dass man hier so oft sterben wird. Ha. Oh. Shit. Ich will nicht. Nein. Hier die Fahne ist so unnötig. Die sollten wir lieber da drüben hinpacken. Kennt ihr das, wenn in den Spielen Checkpoints so unnötig platziert sind und an anderen Stellen einfach mal völlig fehlen? Zum Beispiel hier. Aber wenigstens stört immer irgendwer, wenn ich sterbe. Also manche Leute scheinen das sehr geil zu finden. Oh yeah, der stirbt. Darauf pappe ich mir erst mal einen. Nein. War doch nicht so schwer, aber es ist... Warte. Was? Nee. Nein. Ey, das muss so übel getimed werden jetzt, ne? Okay, so schlimm ist es gar nicht. Warte, geht das bis... Okay, da oben kann ich chillen. Alles klar. Das. Okay. Okay. Get's coconut. Ich krieg hier gerade all the fields Wut Hass Verzweiflung Freude Die Freude ist glaube ich überwiegend wegen der Musik Oh Gott, nein Ich will das nicht tun Das war jetzt einfach nur schlecht Ich glaube ich verstehe wie es funktioniert Ähm, ich weiß jetzt nur ich gerade nicht wegen dem Timing Ich glaube wenn er hoch geht Ist er am besten Da ist auf oben auf jeden Fall ein Strahl Nein Ich nehm den Stern mit Könnt ihr gar nichts gegen machen Nein Nein Oh yeah Oh, wenn ich jetzt eher drücke, ne Das wäre so schrecklich Oh la la Ach nein Ich nehm den Stern mit Da könnt ihr nichts tun Gar nichts Ich will den Stern haben Der ist so leicht zu bekommen Nur ob man Ich jetzt irgendwie mal wieder einsammeln Wenn man ihn verliert Das ist scheiße Na, da oben ist ja auch ein Laser, ne Es wäre so toll Und wenn man sich Das ist eine Ja Ich habe Das ist Das ist Das ist D Nein, ach, das hätte ich geschafft. Nein, das war zu früh. Nein, das war zu früh. Jetzt nicht sterben. Oh nein, was ist mit der Schwerkraft los? Was hat die angestellt? Das ist doch alles in Ordnung. Nein. Nein. Komm, das Trillchen. Nein. Nein. Ich glaube, gleich wird das ganz schrecklich mit der Schwerkraft. Das ist jetzt nur die Ankündiger. Ich habe da mit den Schwerkraft. Alsoido. Da wird das Schwerkraft. Nein, ich war doch schon fast da. Mann. Sag mal, hab ich jetzt allen Skill verloren oder wie? Nein, ich war schon fast da. Ja. Was ist los? Oh stimmt ja, ich kann den ja nicht mehr angreifen. Das ist schrecklich, dass ich den nicht mehr angreifen kann. Was? Und jetzt auch noch die Raketen? Nein. Warum nicht? Ich muss ich erst fast runterfallen bevor ich schwänge. Ja. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh la la. Nein. Warte, das ist ein Stachel, ne? Oh. Egal, ich hab jetzt ne fucking Fahne ey. Okay. Yeah. Oh. Untertitelung des ZDF, 2020